ABC Klimatechnik produziert Luftentfeuchter und Schwimmbadentfeuchter nach Maß. Der in Köln-Bocle-Münd menge nicht angesiedelte Betrieb orientiert Sie stets an den Kundenwünschen und am jeweiligen Anwendungsbereich. Die individuell gefertigten Geräte sind damit vielfältig einsetzbar. Etwa in privaten und öffentlichen Schwimmhallen, Whirlpool-Räumen und Saunaanlagen, aber auch in Sport- und Duschräumen sind sie äußerst sinnvoll. Die eingebaute Technik nutzt das Prinzip der Wärmerückgewinnung. Das senkt die Heizenergiekosten enorm, denn es muss keine Frischluft teuer aufgeheizt werden, die an anderer Stelle wieder als feuchte Abluft ins Freie geleitet wird. Der Inhaber ist ausgebildeter Ingenieur und verfügt über ein eigenes Planungsbüro sowie ein breites Partnernetzwerk. Im Bereich Lieferung, Montage und Wartung arbeitet er mit zuverlässigen und sehr erfahrenen Mitarbeitern zusammen. ABC Klimatechnik – Lösungen vom Profi